Guten Appetit! Hey ihr Lieben, ich zeige euch jetzt, was im Adventskalender drin ist. Ich werde duschen, habe durch die Haare geworfen, ich liebe das ja. Mein Lieblings-Adventskalender von Trend. Und ja, jetzt zeige ich euch, was das drin macht. Das ist ein wunderbarer Stift und den benutzen wir jetzt. Das ist richtig, richtig schön. Ich freue mich jeden Tag mit Jules und alles zu machen. Das macht einfach Spaß. Jetzt kommt die Nance. Machen wir uns so dann fertig. Jetzt habe ich ein gemütliches Outfit am Sonntagabend. Ich zeige euch jetzt ganz, ganz gerne. Jetzt wird er hier aufbekommen. Guckt mal. Ich bin einfach von Tant Begeistert, wie ihr immer wieder merkt. Ich bin einfach von Tant Begeistert, wie ihr immer wieder merkt. Ich finde drin super toll. Es macht mir einfach Spaß mit euch das zu testen. Ihr könnt mir gerne heute schreiben, was es bei euch zu essen gibt am Sonntag. Ob ihr essen geht oder ob ihr kocht. Und kennt ihr einfache Gerichte, die Spaß machen zu kochen, die man nachmachen kann. Könnt ihr mir das hier mal gerne schreiben. Wie ihr heute Sonntag verbracht habt. Was ihr macht am Sonntag. Ob ihr draußen heute die Sonne scheint bei uns auf mir spazieren geht. Könnt ihr mir gerne noch schreiben. Ich freue mich immer über jeden Kommentar von euch. Ich freue mich hier drüber. Ich bekomme immer nette, liebe Kommentare. Da freue ich mich sehr drüber. Da ist jeder herzlich willkommen, mir einen Kommentar zu schreiben, zu hinterlassen. Wenn das nette, liebe Kommentare sind. Ich bin mir gerne zu schreiben. Da geht's gar rein. Gute bisschen Flatsch-Startschein. So, ich freu es jetzt weiter zu machen. So sieht es aus, ihr Lieben. Das gehört richtig, richtig gut. Was habt ihr denn für einen Lieblingsverfügung? Und morgen machen wir das nächste Türchen auf. Ich freue mich total. Jeden Tag wäschen. Wir gehen spazieren. Auf das geht's. Hier. Hier ist das nächste Türchen. In Marokko ist es. Endlich. Malen. Vielen Dank.